Herzlich Willkommen bei der Folge Eilis 19 mit mir und Maurice an Wunderschönen. Moin! Ich glaube, ich habe gerade gesehen, unser Moan ist fertig. Joa, hallo. Unser Moan ist fertig. Joa, ich bring mal hin und ich tue es mal hin zur Weberei. In der jungen Ecke. Unser Moan ist echt fächer, dann würde ich sagen, dann schnalle ich doch mal eben am Johnny einen Dingsbums-Fantant hervor. Anhänger dran, wollte ich sagen. Süß, dieser Kleine. Ich finde den Anhänger echt ganz geil. Das Einzige dafür ist, dass das ein bisschen Back mit den Anschnallgurten ist. Anschnallgurten? Ja, du hast ja auf diesen Dinger eigentlich immer diese Anschnallgurte. Das hast du zwar hier auch, aber die gehen nicht um die Boxen rum. Vor allem das nennt man auch Anschnallgurte. Das ist doch viel besser. Gut, dass... Ja, spannen wir hier auch noch. Scheiße, mal. Anschnallgurte. Ja, das ist doch gut. Aber auf jeden Fall... Ja, ich weiß, wie die Folge heißt, wie es in sein Anschnallgurte. Hallo. Was ist denn? Also, wie ist denn das? Also, wie ist denn das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Also, auf jeden Fall, Anja ist süß-klein. Oder wir verpassen für den Grund. Es ist gut, Lara. Die Anschnallgurte. Ja, aber jetzt hör auf, Alter. Ja, aber jetzt hör auf, Alter. Ja, Alter. Hallo und herzlich willkommen. Wir spannen heute die Anschnallgurte um uns zu behalten. Ja, 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 ist doch gut. Obwohl das nicht in der Folge war. Hä? Was war nicht in der Folge? Das ist doch stimmt, es war ja in der Folge. Ich kann gerade sagen, aber wir laufen schon seit zweieinhalb Minuten wieder. Ach, das war richtig. Ja, gut. Also, ich glaube jetzt. Deutsch, schwere Sprache. Sprache. Genau. Aber ich würde dann mal sagen, ich kümmere, fange und setze jetzt schon mal den Drescher beim Mohn an. Ich weiß nicht, was machen wir mit dem Gras? Lassen wir dort noch eine Stufe Wachs oder zimmern wir da jetzt einfach wieder drüber? Klar, noch eine Stufe. Wir können uns erstmal mit anderen Fähler kümmern und dann um das Gras. Also, ich würde mich da völlig rumkommen. Keutowallauber, ja, du hast recht. Uah. Anders hier rum fanden wir auch geil gewesen, Marc. Naja, machen wir dann einfach mal. Einmal beim Nachbarnacker. Verkaufwolle, 3000. War das noch nicht? Ja. Ja, läuft. Da wäre alles verkauft. Ui, zum Beispiel. So, 222.000. Na gut, wenn wir uns hören, sind wir uns am Ziel. Ein wenig langsam voran. So, hier, das Ding ist auffällig, hier alles schon perfekt. Ui. So. Ja, so sieht's aus. Ich hab... Irgendwie ist der Bereich kleiner. Du kennst diesen runden Bereich im Lass, wo das synchronisiert. Der ist bei mir unheimlich klein. Okay. Also, ich hab doch kein Problem. Bei mir hat der vielleicht so drei Meter in weiter Richtung oder vier oder fünf. Also, ist nicht viel. Würde mal sagen, so noch eine Drescherlänge voraus und dann ist Feierabend. Dann sieht's bei mir aus, als würden da Sojaböhnchen draufstehen. Ich guck mal bei mir. Ja. 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 Ich hab mich jetzt gleich zum Beispiel echt gleich mit dem TeamSpeak angucken. Da muss man jetzt mal eben die Autos anhören. Ey, lass doch das mal stehen. Unsicher gar nicht. Man sollte mal den Aufwand zum Ergebnis rechnen. Hast du endlich irgendwelcher Prüsch jetzt abgekriegt? War ja... War ja... Vor ein paar Tagen. Nö. Gut, ich auch nicht. Hab nix verpasst. Nö. Gab ja auch so nix. Also... So. Gab's schon mal ein paar Sachen, wo du echt nachdenkst, gedacht hast, boah, was für ne Scheiße dies Jahr. War aber bei Tricks einen Ertrag. Hm? War aber Tricks einen Ertrag so raus. Hm. So, Herr Bündchen hat mehr. Gefühl zumindest. Sag mal den Mohn. Wo kriegen wir denn Mohn Geld hier? Geld kriegt man am Hafen, wo nicht der Hafen am Arsch der Welt. Das sind ja eigentlich nur kleinere Probleme. Ja. Aber gut. Wollen wir mal viel Geld rauskriegen. Wir haben ja einen großen Hänger. Da passt ja viel rein. Lohnt sich das auch. So. Weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal auf einem anderen TeamSpeak vorbeigucken. Was gibt's denn sonst? Ach, bei uns gibt's was Neues. Zu unserem Internet. Ja, gleich mal. Ich rüber ja mir erstmal auch das an dir. Mach das. Ich werde müde. Ich werde müde. Meine Kacke. Ich mag das nicht. Ich weiß. Ich werde müde. Ich werde müde. Ich werde müde. Ich werde müde. Naja, Feld, gib mir mal. Ich glaube, damit ich mal ein Bereich Problem kriege, müsste ich neu joinen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Können, äh... Hm. Können hat alles. Aber der Tag vorstellt. Was kostet denn der günstigste Häcksel am Foodpark? 30.000. Was wird das denn Mietenkosten? Kosten 26.000 Euro. Hui! Zu? 15.000. Da ist doch mal ein Preis. Da ist doch mal ein Preis. Ja, ja. Achtung mal. Hm. Aufgaben. Aufgaben. Wirkst du... 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 ...hambel in die Einstellung. Da rumgrat aus. Kalko. 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 Da sagt sowas... Du-du-du-du-du. Käst Whatever. Du-du-du-du-du Kaalko. Dünger Technik. Du-du-du-du-du-du-du-du Schlago Du-du-du-du-du. Kloko. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. und platzierbar nicht nicht hoch ich habe den grad laufen lassen den grad laufen lassen hat und ich gerade ganz kurz ein paar sachen gucken muss weil man das mit dem ertrag komisch kam und mir ist aufgefallen dass wir so ein paar sachen vielleicht vergessen haben wir hätten rein theoretisch kalken müssen das gibt einen höheren ertrag ich habe dafür schon hat gekauft hat müssen wir dann halt jetzt mal machen nach der ernte so in etwa das ist halt teuer aber bringt halt so auch nicht mehr guten ertrag bringt uns dort dann halt du ach jetzt so gucken ab und zu kriegst du doch ein schreikrampf ne ich habe gerade aussehen mitten ins ins feld so ein komisches silo wix kackteil gesetzt das sehe ich gerade da ist ein bisschen was grün jetzt kriegst du das wieder nicht weg jetzt muss das wix im editor machen alter das ist doch komplette scheiße aber was wollt ihr denn jetzt ausprobieren ne ich wollte eigentlich ein kalklager bei uns hinsetzen dass wir nicht andauernd kalk kaufen müssen wenn wir dann anfangen zu kalken nächstes mal wenn alles abgeahnt hat ist und dann habe ich ausreden einmal zu viel geklickt und jetzt habe ich mitten ins feld gesetzt jetzt ist das hier ach ja egal ist nur ein kleiner fleck vielleicht flüge ich da mal mal drüber wenn ich langweil habe und teste das vielleicht mal ob das überhaupt geht so ich würde mich jetzt mal wieder in drescher setzen der voll ist ja ich komme dann einmal bitte mt bitte kannst kein screenshot schießen einfach ätzend mit dem ich bin heute auch einfach schlecht geladen ach die haben ja bei uns heute die leerrohre gelegt ja achso ja katastrophe nicht an der stelle gelegt wo es hin soll ja nicht 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 in der nicht von der richtigen seite angefangen zu legen dann hat er am an der soll ja bei uns beim grundstück enden und zum verteilerpunkt und bei uns am grundstück müsste 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 soll müsste er 35 meter leerrohr liegen lassen das hätte einfach von seiner rolle abrollen können wäre das fertig gewesen nein was macht das schneide zwei meter ab fertig jetzt dürfen wir da wieder 40 meter dran flicken was uns im endeffekt ich wette damit dass das nachher mehr probleme macht als es löst ja da wette ich mit euch drauf wenn das so schon anfängt die baustelle dann wirst du nachher Pech haben wenn das so schon anfängt ja mit dem mehrrohre mit nachher ich hab das hab ich auch zu klaus gesagt das wird uns noch probleme machen er meinte aber da fliegt mir ein stück zwischen ganz ehrlich das Alter keine Ahnung wenn ich morgen einen verantwortlichen also die die das bei uns sage ich mal beaufsichtigen siehe wenn die morgen Abend vielleicht bei uns auch zu der Firma kommen wegen unserer Vorführung da dann binde ich denen das mal auf die Augen ein weil das kann ja nicht sein vor allem jetzt steht überall drauf da kann es ja eigentlich nicht so schwer sein ja das ist das hat mich auch jetzt ich das gesehen hab ey da hab ich schon wieder so einen Affen gekriegt Alter wär ich da gewesen hätte ich den sowas von zur Sau gemacht ja ist doch klar also der würde mich halt auch ziemlich anfissen weil du denkst ja du hast einen Plan ja da arbeiten die ja pulst du gut dann hast du da du musst aber achten das lustige ist hätte er von unserem Grundstück aus angefangen über die Wiese wo drüber das Kabel oder wo die Leerrohr auf wird sage ich mal zusammenlaufen ziehen hätte er bei uns passend ansetzen können wäre gar kein Problem gewesen weil wir hatten das schon alles vorbereitet passendes Loch passende Tiefe hätte er vorher abrollen können hätte so reinziehen können durchziehen können hätte hätte genau hätte er so machen können gar kein Problem jetzt ist er von der anderen Seite angefangen vom Verteilerpunkt aus kommt bei uns nicht bis ans Grundstück dran muss halt sage ich mal vier Meter vorher stehen lassen weil er ja halt eine allgemeine Länge hat ja das heißt er hat vor unserem Grundstück auf der Wiese sage ich mal zwei Meter drei Meter vorher aufgehört weil halt es nicht anders geht weil der Schlepper weil die Raub halt einfach länger ist ist klar ja da kann er halt auch nichts dran tun ähm hat hat halt das sage ich mal hingezogen hat dann aufgehört das heißt wir müssen jetzt insgesamt äh wie weit war das drei oder vier Meter in die Wiese reinbudeln auf neunzig Zentimeter Tiefe ja damit wir das Leerrohr gerade auf den Boden legen können weil er zieht das zum Ende hin ja hoch damit das damit das Leerrohr hoch kommt das musst du halt machen weil er kann es halt nicht im Boden liegen lassen dann findest du ja nie wieder echt und wir müssen es halt jetzt äh jetzt müssen wir da halt hinbuddeln dann müssen wir das so tief haben dass wir es gerade auf den Boden legen können ähm alter hätten ja Marc legt dich nicht auf und wenn du die morgen wiehst dann haut dich mal richtig auf den Tisch oder wieder vor was weißt du ich weiß halt die Firma nicht die das macht sonst äh ich rieche mich da gar nicht drüber auf es ist es wird uns halt nach alter ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen die Folge ist zu Ende wir sehen uns morgen wie eine weitere Folge bis dann tschüss tschau tschau tschau